Nein! Nein! Wir dann! Chill, Sander! Chill, Sander! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Hallo! Hallo ihr Lieben! Was machen wir, Milae? Weiß ich nicht. Wir machen die Wissens-Challenge. Aaaaaah! Weil wir müssen ja auch mal was machen. Ich glaube, Milae kriegt heute die kalte Dusche ab. Ich nicht. Ich kann alles. Aaaaaah! Hast du verstanden? Also ich bin der Böse hinter der Kamera mit dem Gartenschlauch. Nein, nein, ich freu mich schon. Milae kriegt ein bisschen leichtere Fragen. Wasser muss ich nur aufdrehen? Genau. Aaaaaah! Aaaaaah! Ich weiß, ich sehe es jetzt schon kommen. Aaaaaah! Es ist heute so kalt. Heute ist es bloß 18 Grad. Aaaaaah! Jetzt haben wir die warmen Tage verpasst. Oh nein! Hilfe! Soll ich meinen Ohrringe raustun? Aaaaaah! Aaaaaah! Soll ich mein Zeug ausziehen? Aaaaaah! So, wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Milae hier von mir weg. So, welche? Erste Frage bringt Milae? Lebt er? Nein! Aus der Reihe bringt die Mama. Ja, dass ich frieren kann oder was? Aaaaaah! Also! 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 Wie hieß der Schokoriegel Twix in Deutschland bevor er Twix hieß? Riders! Richtig! Ja, das habe ich ja schon gemessen. Ich habe noch nicht mal geschaut. Riders! Aha! Schokolade lieb ich! Milae! Ha? Jetzt muss ich mir Fragen ausdenken. Milae, wie heißt die Bundeskanzlerin von Deutschland? Äh, Angela Merkel. Cool! Ich kenn sie. Ach du kennst sie? Ist das der Freundin? Ja, Angela Merkel. Okay. Die Frau Merkel. Jetzt kriege ich es ab. Jetzt weiß ich es. Die Einschieb. Welcher Spielzeugbär trägt seit 1904 einen Knopf mit gelben Fähnchen im Ohr? Ha! Steif! Richtig! Ha! Das wird ja nix heut! Das wird ja nix heut! Das wird ja nix heut! Wir werden heute nicht nass! Das wird nichts heut! Was ist denn los? So! Milae! Äh, Milae! Dazu! Welcher Vogel lebt am Nordpol und kann auch schwimmen? Hä? Ich weiß nicht einmal ich! Nordpol? Hm? Welcher Vogel lebt am Nordpol oder am Südpol und kann auch schwimmen und tauchen? Vogel? Schwimmen? Tauchen? Fliegen? Kann der fliegen auch? Hä? Nein! Fliegen kann er nicht! Fliegen kann er nicht! Welcher Vogel ist das da an den Eisdingern glitschern? Hä? Sag's! Sag's! Ich weiß nicht! Schleiß raus! Komm! Du hast doch gerade gesagt! Pinguin! Ja richtig! Super! Okay! Das Laufenvogel! Ja! Ich bin dran! Oh! Jetzt kommt was! Oh! Welche drei Sportdisziplinen muss ein Triathlet vom Start bis ins Ziel nacheinander absolvieren? Nacheinander? Die Reihenfolge auch noch oder was? Ja! Springen? Laufen? Springen? Werfen? Was? Was? Laufen? Was? Ja, da gibt's jetzt aber Wasser mehr. Was denn? Schwimmen? Radfahren? Laufen? Was für Radfahren? Spielst du? Ah! 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 Ich hör auf! Das wird zu kalt! Wie viele Frage war das? Wie viele Frage war das? Die dritte? Schnell! Echt jetzt oder? Ja! Nichts aufhören! Schnell! 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 Ähm! Egal! Okay! Wie viele Spieler sind in einer Fußballmannschaft auf dem Spielfeld? Steh auf! Steh auf! Wie viele Spiele? Elf! Oh! Nee! Wo warst du Fußball bitte? Ach komm! Jetzt krieg ich's schon wieder ab! Ist das die vierte Frage? Das hätte ich jetzt nicht gedacht! Schnell! Okay! Frage an die Mama! Welche norddeutsche Modeschöpferin wird auch Kaschmir Queen genannt? Schnell! Jupp! 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 Jetzt Jupp! Nein! Wird dann! Karl Langefest! Chill Thunder! Jupp! Jupp! Es ist ausgehe! Ich und Modi… Ich kenn mich doch gut aus mit Modelerin! Schnell! Schnell! Ich bleibe mal! Elf! Wei! Welche Symbole hat die türkische Fahne, die türkische Flagge? Stern und Mond und es ist rot! Das geht gar nicht! Du kriegst schon was ab. Das geht nicht. Reste Frage. Wer singt I just called to say I love you? Hä? Justin Bieber! Justin Bieber! Justin Bieber! Justin Bieber! Justin Bieber! Wie auch immer! Wer ist es? Stevie Wonder! Ich kenne ihn nicht! Ich kenne ihn! Der schickt das andere Lied! So, Milet kommt jetzt noch einmal dran. Milet kommt noch dran, aber wenn es schwierig wäre. Das spielt gar nicht! In wieviel Sätzen spielt man Tennis? Oder so bitte? Dass ich was aufkriege! Wieviel! Milet, was ist 17 plus 23? Hä? 17 plus 23? Die Zeit läuft! 14! Ah, schnell! 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 Na ja, war fast richtig, sind nämlich 40. Sie wollten mir heute 40 sagen. Komm her! Komm her! Komm her! Ich glaube, ich habe die einfachsten Fragen nicht gekannt. Die Milet, die hat es von hinten erwischt! Also ihr lieben Milet, haut ihr ab! Tschüss! Mir ist kalt! Bis zum nächsten Mal! Ich sage auch Tschüss! 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 Ah! Ronandu! Ah! Emmett Gott! See you! loving es für heute uniform Die